Herzlich Willkommen zur nächsten Minecraft-Runde im Singleplayer. So, ich lade wieder das Level, wo wir im letzten Teil aufgehört haben. Ich glaube, da wurde es gerade Nacht in dem ich richtig erinnere... Ja. Okay. Oh, mein Haus. Das war, glaube ich, in diese Richtung. Ähm, war ich da hinten? Ja, da hinten ist das Haus. Wachsen Bäume? Nee, auf Sand wachsen die nicht. Ja, ja, ich fände jetzt ein paar Bäume hier. Kann mir ganz nichts mitmachen, so. Oh Gott, ich spüre schon gleichwertig, wie das mit einem Skelett oder so. Umgebracht. Ah, super, da oben steht es aber ein Skelett. Ha. Ein Skelett. Nein, au, 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 au. Schnauze. Gut, ein paar Fackeln. Du bist unbeliebt, merkst du es nicht? Rübers Bett. Na gut, kann ich halt erstmal drin, ne? Ich will aufstehen. Warum kann man nicht ein Glas, keine Fackel hängen? Hm, schade. Oh, nein. WTF-2. Die paaren sich ja schnell. Da hinten ist eine fette Spinne. So. Was ich jetzt mache, ich nehme jetzt meine Schaufel. Ich mache, ne, ich gehe zur Spinne und hole mir eine Spinnenseide. Dann bastle ich mir nämlich einen Bogen zusammen. Ne, erstmal ein Schwert. Erstmal ein Speckbett. Blablabla. Blablabla. Ja, auch gut. Ups, war das doch falsch. Ein Schwert geht so. Schon haben wir ein Steinschwert. Eine Kiste bei euch auch nochmal. Kann man nämlich immer gut gebrauchen. Kiste, Kiste, so. Kommt da hin. Ähm. Okay. Dann gehe ich jetzt mal Spinnen töten. Musiks, Musiks, Okay, Spinnen kommen dann später, wenn ich jetzt keine finde, dann soll es halt nicht so sein. Dann möchte ich erstmal mein Haus schöner. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. erst mal das Schlafzimmer. da. bis zum nächsten Mal. 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 Vorhang. Irgendwie sowas. Gute Nacht. WTF, ein Zombie! Ein Zombie in meinem Haus! Wie ist denn in mein Haus reingekommen? Nein, ich wollte das Video jetzt zu Ende sein, aber... Wie ist der reingekommen? Warum spawnt er hier? WTF? Soll ich doch eine Tür einbauen? Gute Nacht. Ah, jetzt bin ich ein Skelett in meinem Haus. Nein! Halt den Maul. Arsch. Was ist das? Ich schlaf hier oben wieder weiter. Das Zimmer... Die können ohne sieben at night. Es ist Nacht, du Arsch! Geht doch. Geht doch. Na, krepiert er gerade was? Nö. Wie kommt ihr hier bitte schon rein? In Loch im Dach? Wohne auch nicht. Ah, okay. Bis zum nächsten Teil.